Hallo, heute möchte ich ein Stück aus den 80ern vorstellen, aus meiner Jugend und zwar von einer Filmmusik aus dem Tatort, nämlich Midnight Lady. Gesungen wurde es damals von Chris Norman, der auch der Liedsänger von Smokey war und ich hoffe es macht Spaß. Ich habe sehr viel Spaß bei diesem Arrangement. Ich habe 100% Synthesizer genommen, wie es in den 80ern halt üblich war und ja, ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Viel Spaß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.